Tja, und dann waren sie auch schon wieder weg, die Geissens. Schade, oder Olli? Ist mir scheißegal. Monatelang wurde diskutiert, wer wird der Neue bei Wetten, dass ... Als es dann endlich hieß, Lanz in Sicht, kamen die Skeptiker. Kann er das, soll er das, brauchen wir das. Ja, Olli, was sollen wir sagen? Was guckst du mich jetzt an? Er kann's, der Lanz. Eier, der braucht Eier. Über seine gelungene Premiere und den Krieg mit seinem Vorgänger jetzt im Exklusivgespräch mit Wulf Schmiese. Schmiese? Wulf Schmiese? Ja. Kennt ich nicht. So, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind bei meiner allerersten Sendung. Entschuldigen Sie, aber als Gesprächsleitung wurde hier ein Wulf Schmiese eingeteilt. Und das bin ich, dieser Wulf Schmiese. Ich bin im Sudan einmal von ausgehungerten Kojoten angefallen worden, dann werde ich das hier auch noch überstehen. Ja, das ist fein. Herr Markus, wie geht es mir Ihnen? Bei meinen Reisen als UNICEF-Botschafter habe ich schon Menschen gesehen, denen es durchaus schlechter geht. Ja, das ist fein. Können Sie sich zusammen reimen, warum dieser Tommy Sie gehauen hat? Ich komme aus Südtirol, da verabschiedet man sich so. Das ist fein. Wie ist Ihr Resümee? Peter Ustinov soll einmal gesagt haben, ein Philosoph ist ein Mann, der in Ermangelung einer Frau die ganze Welt umarmt. Das ist Welt, jetzt Welt am Sonntag oder Werktag. Und die Frage ist, was hat das Ganze mit Wetten das zu tun? Eine sehr, sehr gute und berechtigte Frage, wie ich finde, gar nichts. Ich bin bei der Arbeit an meinem neuen Lyrikband darauf gestoßen. Das verstehe ich gut. Aber zunächst eine Grußbotschaft von Joko und MoMA. Klarsch. Okay. Hallo, Markus. Alter, Resteweg-Moderierer, ne? Und? Was ist das für ein Gefühl, unsere Sendung zu moderieren und so? Wir hatten ja ganz im Gegensatz zu dir, ne? Damals hatten wir da keine geheimen Sex-Videos von der letzten ZDF-Weihnachtsfeier, um den Intendanten damit zu erpressen und so, ne? Hehehe. Ahahahahaha. Kleiner Scherz von meinem geschätzten Kollegen Klaas-Holfer-Umlauf. Ja, wir konnten auch gleich nicht dabei sein, Leute. Wir mussten eine eigene Show aufzeichnen. Eine? Vier, ne? Eher sowas für junge Leute. Moment, jetzt muss ich ganz kurz übersetzen, ne? Liebe ZDF-Zuschauer, jung heißt unter 80, ne? Hehehehe. Ahahahahaha. Markus, du weißt ja, ne? In der Generation Rollator, ist der einbeinige König, ne? In diesem Sinne, hoch die Tassen, ne? Alles Gute, ne? Hehehehe. 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 Ja, vielen Dank an Doku und Klaus. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe nie irgendjemanden mit Sex-Videos erpresst. Ich habe lediglich gesagt, gebt mir Wetten, dass, und ich werde aufhören, euch Dias von meinen Grönland-Expeditionen zu zeigen. Oh, ein Klavier. Ich kann auch Klavier spielen. Ich selber kann leider nur den Enten tanzen. Dann begleiten Sie mich doch. Gerne. Gibt es eigentlich irgendetwas, was Sie nicht können, Herr Larkus-Mansch? Ja, leider. Oh, was ist das denn? Wissen Sie, ich muss das fragen. Ich bin ernsthafter Journalist. Was ich nicht kann, ist Ungerechtigkeit tolerieren. He, das ist sehr gut. Oh, wer? Uh, ich kann auch sehr gerne fahren. Nein. Quindi.